So, wir nehmen jetzt nochmal einen traumhaft schönen Blick über die Donau hier in Budapest. Wie ihr seht, ist hier ein Kreuzfahrtschiff gelandet oder vielmehr, naja, so eine Donau-Rundfahrt wahrscheinlich. Die essen vorne alle drin im Restaurant, habe ich gesehen. Deshalb sind die Kabinen dunkel. Das ist so schön. Also, wenn ihr hier seid, ihr müsst unbedingt abends rausgehen oder nachts rausgehen, ist es wirklich so was von schön beleuchtet alles. Traumhaft. Kann ich euch nur empfehlen. Also, mir tun dann schon die Füßchen weh, weil es ja doch ein Stückchen auseinanderliegt alles, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und Essen, oh mein Gott. Also, ein Restaurant schöner als das andere, eine Bar schöner als die andere. Oh, also ich glaube, ich hätte überall essen gehen können. Noch mal einen Schwenk zurück, ganz in Ruhe. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und dann können wir uns nachdenken. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020